Ein Hallo und herzliches Willkommen zu Animal Crossing New Horizons. Nochmal meine Ansprache von eben. Wie lange habe ich darauf gewartet, diese Worte endlich zu sagen? Holy Shit, Brudis und Schwestis, es ist einfach sechs Jahre her, nachdem wir mit New Leaf angefangen haben und endlich ist es soweit, dass wir Animal Crossing New Horizons bekommen haben. Oder zumindest morgen bekommen werden. Ich habe hier die Version aus Australien, welche sich eben gerade freigeschaltet hat und es mir ermöglicht, es jetzt schon zu spielen und das ist halt übelst nice und kann ich nur empfehlen. Jeder sollte sich einen australischen Account machen, weil du einfach alles da immer schon am Vortag bekommst. Auf jeden Fall, wie ich schon gesagt habe, sechs Jahre sind wir hier nun schon zusammen unterwegs und da muss man halt auch einfach mal Danke sagen. Man muss Danke dafür sagen, dass ihr immer für mich da wart, wenn ich euch gebraucht habe. Man muss Danke dafür sagen, dass ihr mich auf diesem Weg begleitet habt und man muss Danke dafür sagen, dass ihr einfach absolut fantastisch seid, dass ihr bei Messen zu mir gekommen seid und nach Fotos gefragt habt, nach Autogrammen, nach Umarmung, ob ihr meinen Bart anfassen dürft, was ihr alles machen dürft. Ihr seid halt die Menschen, die es mir ermöglichen, dass ich das hier machen kann. Das ist halt voll krass und voll cool. Das ist eine mega große Ehre. Und auch wenn das nicht an alle geht, möchte ich zumindest einem Menschen von euch eine ganz besondere Freude machen und habe deswegen extra so eine Geschichte hier reserviert. Eine Animal Crossing Switch im Animal Crossing Stil mit Animal Crossing mit drin, wenn auch nur die digitale Version. Aber hey, man kann nicht alles haben. Und das ist ja schon was ziemlich Cooles. Das ist ja schon was ganz Nices. Und deswegen möchte ich euch hier bitten, euch einmal in der Beschreibung durchzulesen, was ihr dafür tun müsst, um die zu gewinnen. Das ist super easy. Das geht total schnell. Und jeder hat die gleichen Chancen, daran zu kommen. Wird ausgelost am Ende. Und das ist einfach super. Finde ich cool, dass ich in der Lage bin, sowas zu machen. Auch nur dank euch, weil ihr absolut fantastisch seid. Und als ob das noch nicht reicht, habe ich noch diverse digitale Animal Crossing Spiele und Retail Animal Crossing Spiele, die ich verlosen kann. Und möchte das gerne in einem Stream am Sonntag machen. Daher folgt mir unbedingt auch auf Twitter und Instagram, damit ihr da noch mehr Informationen bekommt, wie ihr da vielleicht noch ein, zwei Spiele mit rausgreifen könnt. Und da kommt auch noch mal eine gesonderte Ankündigung. Aber ich möchte es hier einfach schon mal erwähnt haben, damit ihr wisst, Sonntag auf Twitch ist ein Animal Crossing Stream. Deluxe, Alter. Da wird es abgehen. Und da möchte ich, dass ihr auch alle dabei seid. Entsprechend folgt mir auch auf Twitch. Und ansonsten folgt mir ebenfalls hier. Abo ist immer gut. Dann habt ihr instant die Benachrichtigung, soweit es mit Animal Crossing New Horizons weitergeht. Oder wenn ich New Leaf nochmal spielen sollte zum zwölften Mal. Oder wenn ich irgendwas anderes von Nintendo spiele, wo ihr übrigens auch gerne reingucken dürft und einen Daumen nach oben dalassen dürft. Das macht mich sehr glücklich. Vielen Dank. Und lasst ebenfalls auf diesem Video einen Daumen nach oben da. Das würde mich auch extrem glücklich machen. Das würde mir extrem weiterhelfen. Das würde diesen Kanal unglaublich zum Wachsen bringen und durch die Decke schießen und ihn einfach zum größten Kanal der Welt machen. Und das ist doch was, was wir alle hoffentlich wollen. Und ansonsten würde ich sagen, mehr habe ich glaube ich gar nicht zu sagen. Entsprechend fangen wir doch einfach mal mit der ganzen Geschichte an. Ach, endlich, Mann. Ich warte so lange darauf. Jetzt habe ich es eben gerade schon mal gestartet und dann ging es einfach nicht. Bei Gott, bitte funktioniere. Oh Gott, das sieht sehr suggestiv aus. Lassen wir das lieber. Seht euch die kleinen Cuties an. Oh mein Gott. Guten Tag. Tritt näher, nur keine Scheu. Nicht zu schüchtern. Herzlichen Glückwunsch. Du hast alles richtig gemacht. Denn du hast dich für Nux Reif für die Inselpaket entschieden. Im Auftrag von Nook Inc. erklären wir dir mit Freunden, was es damit zu tun hat. Wir sind Nepp und Schlepp. Wir werden zusammen mit dir auf die Insel fliegen und dir dort weiter mit Rat und Tat zerstattet zur Tür Scheite stehen. Was ist denn heute los mit mir? Aber genug der langen Einleitung. Du kannst es sicher kaum erwarten, zu deiner Insel aufzubrechen. Zuerst ein paar Formalitäten. Teilst du uns bitte deinen Namen und dein Geburtsdatum mit? Das wäre lieb. So, für alle, die mich immer noch nicht kennen, auch wenn das echt strange wäre. Aber hey, soll vorkommen. Mein Name ist Chris. Ja. Und ich habe am 27.10. Geburtstag. Geschenke dürfen gerne an mein Netzwerk im Impressum geschickt werden. Vielen Dank. Ich sage euch aber nicht, wie alt ich bin. Man fragt eine Lady nicht nach ihrem Alter. Das ist unhöflich. Chris. Chris. Oh, ja. Hier haben wir dich. Als nächstes werden wir gerne ein Foto von dir aufnehmen. Nimm dir so viel Zeit, wie du willst, um dich dafür herauszuputzen. Wir warten hier so lange auf dich. Nur keine Hektik. So, ich bin ein Bewohner. Für alle, die das noch nicht wussten. Äh, die Hautfarbe passt, glaube ich, ganz gut. Die Frisur. Die, die ich habe, haben sie nicht. Meine Haare sind halt voll kurz gerade. Daher, theoretisch das. Aber, es gibt schönere, ehrlich gesagt. Es gibt schönere. Nehmen wir das hier. Das ist cute. Das war meine letzte Haarlänge. Da fühle ich mich auch noch sehr wohl mit. Ich möchte gerne die Standardaugen haben. Und meine Augen sind eher so grau-blau. Von daher passt das ganz gut. Ich möchte eine runde Nase. Und einen gewählten Mund. Weil ich einfach fucking cute bin die ganze Zeit. Goddamn. Außerdem habe ich immer rote Bäckchen, wie man vielleicht sieht. Deswegen muss das auch am Charakter-Represent sein. Okay. Los geht's. Oh. Das ist sehr schön gelungen. Sehr schön. Dann werden wir dieses Foto, also, in deinem Konfrofi registrieren. Und nun suchen wir dir eine schöne Insel aus. Bist du schon aufgeregt? Aufgeregt? Einer der reizvollsten Aspekte dieses Programms ist es, den Wechsel der vier Jahreszeiten zu genießen. Da wir Inseln auf der Nordhalbkugel und auf der Südhalbkugel haben, auf der Südhalbkugel, bieten wir dir freie Auswahl. Möchtest du die Jahreszeiten genauso erleben wie zu Hause? Oder lieber versetzt? Genau andersrum. Wenn ich fragen darf, wo lebst du, Chris? Wo genau? In Europa. Alles klar. Da sollte es uns doch nicht schwerfallen, eine geeignete Insel für dich zu finden. Ich würde dir eine Insel auf der Nordhalbkugel ans Herz legen. Dann sollte dir die Ungewöhnung nicht ganz so schwer fallen. Einverstanden? In Ordnung? Sie sind so süß! Oh mein Gott! Ich kann nicht. Das ist viel purer Zucker, Mann. Okay. Alles klar. Dann wollen wir mal eine unbewohnte Insel auf der Nordhalbkugel für dich finden. Wir hatten hier Landkarten von ein paar Inseln, die in Frage kommen. Alle unbewohnten Natur belasten und mit reichlich Platz zum Leben und zum Spazierengehen und zum Vergnügen. Entscheide aus dem Bauch heraus. Schau einfach, welche Form dir am meisten gefällt. Also, hier sind die Inseln. Such dir eine davon aus. Irgendeine. So. Ähm. Ich glaube, das finde ich prinzipiell ganz cool. Ich möchte, glaube ich, keine drei Flussbetten haben, dass da drei Flüsse anfangen. Das ist ein bisschen zu viel. Eins finde ich ein bisschen wenig. Also zwischen den beiden hängt es. Aber möchte ich eine Insel haben, die einfach so eine L-Form hat? Oder möchte ich lieber eine Insel haben, die aussieht wie ein kaputtes Motorrad? Also. Ihr versteht, was ich meine, oder? Ähm. Also halt den Anfangswohnbereich, nicht die ganze Insel. Weil das sieht aus wie ein Schuh irgendwie. Und das sieht aus wie ein, keine Ahnung, kaputtes Motorrad oder ein Fahrrad. Oder halt irgendwie. You see? Aber ich glaube, ich nehme das hier. Nee, ich nehme das hier. Ene, mehne, muh und raus bist du. Mein Bauch sagt, nimm das. Okay. Gute Wahl. Sehr gut. Damit steht der Schauplatz für deine... Nein, unsere neue Heimatfest. Eine letzte Frage noch. Ganz hypothetisch. Was für den folgenden Dingen würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Mitnehmen? Ein Schlafsack? Eine Lampe? Was zum Essen? Etwas zum Zeitvertreib? Ich bin total für den Schlafsack, glaube ich. Weil, wird halt kalt in der Nacht. Man sollte sich da zumindest irgendwie warm halten. So, so, interessant. Hm, das lässt wirklich tief blicken. Die Frage war aber, wie gesagt, nur hypothetisch. Unseren Gästen fehlt es nämlich überhaupt an nichts. Ob Vergnügen, Genuss oder banaler Alltagsbedarf. Um all das und noch mehr kümmert sich Nook Inc. Wir bitten nun um Ihre Aufmerksamkeit für die folgende Durchsage. Der Nook Inc. Flug im Rahmen des Reif für die Inseln-Pakets ist jetzt zum Einsteigen bereit. Bitte begeben Sie sich umgehend zum Flugsteig. Ausgezeichnetes Timing. Dann nichts wie an Bord, ja? Los geht's. Oh, es geht los. Guten Tag, liebe Fluggäste. Willkommen an Bord dieses Charterflugs im Rahmen von Nook's Reif für die Inseln-Paket. Bitte entspannen Sie sich bei einer kostenlosen Videoeinführung in das Leben auf einer einsamen Insel. Zeigen Sie uns jetzt einfach einen Trailer? Oh, es ist so hübsch, Mann. Oh mein Gott. Es ist voll cool. Es ist wirklich der erste Trailer, oder? Oh. Voll hübsch alles. Oh Gott, ich freue mich so sehr. Ich habe vor Tränen in den Augen, Mann. Ah, wundervoll. Jetzt chanten wir bitte alle Äpfel oder Pfirsiche und keine Birnen, Alter. Ansonsten muss ich die Insel verbrennen. Wir müssen nochmal anfangen. Nein, 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 nein. Fuck you, Alter. Näh, Flugzeug abgestürzt, Brudi. Das mache ich nicht mit. Nee, Brudi, wirklich nicht. Bei mir kommen keine Birnen auf die Insel. Da bin ich raus. Ja, ja, Mann. Ah, endlich. Gute Früchte, Alter. Gute Früchte. Nice. Wir können anfangen. Ich kann einfach ein glückliches Leben auf dieser Insel führen. Äpfel. Nice. Oh. Er hat ein Blatt auf dem Kopf. Da wären wir endlich. So leid es mir tut. Aber es ist erstmal keine Zeit zum Ausruhen. Es findet eine Infoveranstaltung statt, um allen das Einleben in ihrer neuen Einzelheimat zu erleichtern. Bitte begebt euch alle zum nahegelegenen Festplatz, wo unser Chef uns schon erwarten sollte. Folgt uns bitte mit Hilfe von Linkastik. Es geht los. Ahahahahaha. Oh je. Oh je, ich spiele es. Ich spiele es. Seht ihr das? Ich kann den Dude hier bewegen. Und es passiert. Oh Gott. Das ist so toll. Wir haben Äpfel. Seht es euch an. Sind sie nicht wunderschön? Sie sind genauso rot wie ich gerade. Ahahahahaha. Los geht's. Sind wir vollzählig? Ich rufe besser mal alle auf. Caroline? Frank? Chris? Super. Dann sind ja alle da. So Chef. Hier hätten wir die drei Mutigen, die ein neues Leben auf unserer Insel beginnen wollen. Ausgezeichnet. Ja, ja. Dann mal zur Sache. Ahem. Ich begrüße euch auf dieser Insel. Ich bin Tom Nook, Gründer und Geschäftsführer von Nook Inc. Nook Inc. Euer kompetenter Partner für Selbstfindung, Schlussstriche und Horizonterweiterung. Ja, ja. Heute fängt euer neues Leben auf dieser noch etwas leeren Insel an. Was für ein Abenteuer. Aber Nook Inc. lässt euch selbstverständlich nicht alleine im Regen stehen. Die werden auch hier wohnen und euch lückenlos betreuen. All das ist im Reif für die Insel Paket inklusive. Aber eins nach dem anderen, hä? Zuerst muss sich jeder von euch einen Platz zum Wohnen aussuchen. Gehört ja schließlich dazu. Da ich nebenher Immobilienmakler bin, werde ich hier früher oder später auch Häuser bauen. Aber bis es soweit ist, könnt ihr das Inselleben ganz authentisch genießen. In Zelten. Holt euch eures vom Nepp oder Schlepp ab und sucht euch ein schönes Plätzchen. Brudi, hau raus! Bitteschön, Chris. Dein eigenes, persönliches Zelt. Such dir erst einen schönen Ort, öffne dann mit X deine Tasche und dann wird's ja das Zelt und fertig. Du musst aber schon eine Stelle nehmen, wo ringsherum genug Platz ist. Keine Sorge, du kannst erst einmal schauen, wie es aussieht, bevor du den endgültigen Ort festlegst. Oh, hier habe ich auch noch eine Karte für die... Ich bin zu aufgeregt, das vorzulesen. Hier habe ich auch noch eine Karte dieser Insel für dich. Sobald dein Zelt steht, komm doch mal hier zurück. Zur besseren Orientierung hast du ja die Karte. Also, dann mal los. Viel Erfolg! Oh mein Gott, das ist so toll! Yay! Oh mein Gott, das ist wundervoll! Ich bin höchst verliebt gerade. Schau mal, wie schön das aussieht! Ich habe keine Worte, Mann. Ich habe einfach keine Worte. Es ist so toll, Mann. Ich kann mir jetzt so viel Zeit lassen, hier rund zu laufen und einfach nichts zu tun. Es ist einfach... Oh Mann, ich glaube, meine... Meine Wangennerven werden irgendwann einfach explodieren, wenn ich das hier spiele. Stell ich denn mein Haus mal hin? Möchte ich es direkt am Strand haben? Sag denn die Karte nochmal. Die kann ich doch bestimmt auch irgendwie aufrufen, oder? Das Spiel kann doch nicht gespeichert werden. Das ist in Ordnung. Ich will nur gucken, ob ich die Karte irgendwie aufrufen kann. Nein. Hm. Ich weiß, dass das irgendwie geht. Ich habe das mal gemacht, aber ich weiß nicht mehr wie. Aber ich glaube, ich packe mein Haus auf jeden Fall an den Strand hier irgendwo. Aber hier so oben in die Ecke. Ich glaube, das finde ich ganz cool. Ich glaube, das mag ich ganz gerne. Hier ist es hübsch. Oder? Ja, doch. Circa hier so. Hier ist super. Hier ist ein guter Ort für ein Zelt. Soll ich mir ein Zelt hier aufstellen? Ah, hier ist gut. Mein Zelt steht. Damit ist diese einsame Insel schon erheblich weniger einsam. Yay. 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 Seht ihr das? Wir haben einfach ein Zelt direkt am Meer, Mann. Wir gehen einfach raus und haben einfach direkt das Meer vor den Füßen. Mega cool. Okay, mega gut. Ah, muss ich mir nicht euch auch noch helfen? Heyo, ich bin Frank. Schön, dich kennenzulernen, Rumpel. Dein Zelt steht schon. Ich suche nach der perfekten Stelle. Ich will irgendwo mitten in der Natur wohnen, wo ich Körper und Geist trainieren kann, Rumpel. Hm, der Flak hier scheint mir ganz gut geeignet. Was meinst du, Chris? Hm, ich suche für dich. Was? Du hilfst mir bei der Suche für den ideellen Standort für meinen Zelt, Chris? Wir haben uns doch gerade erst kennengelernt und du behältst mich schon wie einen alten Sportsfreund, Senpai. Das geht mir alles viel zu schnell. Aber, na gut. Dann liegt mein Schicksal jetzt in deinen Händen. Du packst das schon. Gut. Ich vertraue dir mein Zelt an, Rumpel. Ich gehe nochmal zum Festplatz und bereite mich mental auf ein neues Leben hier vor. Wir können aussuchen, wo sie wohnen. Habt ihr das gerade gesehen? Das war ein historischer Moment. Er hat mir sein Zelt gegeben und gesagt, stell es irgendwo hin. What? Wir können das Zelt hinstellen, wo wir möchten. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gerade gesehen, Alter? Wir können Franks Zelt einfach hier hinstellen und dann wohnt er einfach hier. Aber ich möchte es gerne einen weiter nach unten haben. So. Hier ist so ein fantastischer Ort dafür. Ist das nicht mega schön, Alter? Ist das nicht mega schön? Ja? Finde ich super. Pack's da hin, Mann. Los geht's. Das Zelt von Franks steht also auch. So. Okay. Und jetzt müssen wir noch... Missy Elliot hinten suchen. Wo ist sie denn hin? Ich hab sie doch auch gesehen. Sie war hier irgendwo. Ah, da vorne. Du bist... Nee, echt jetzt. Verrat's mir nicht. Du bist Chris. Stimmt doch, oder? Hab ich mir doch gleich gedacht, dass ich darauf komme. Koala. Ich bin die Karoline. Du glaubst dir ja gar nicht, wie mich das ganze Insel... Wie ich mich auf das ganze Inseldinge... Ich kann nicht mehr lesen, Alter. Ich bin so hype gerade. Ah, mein Leseverständnis ist weg. Guck an. Du hast hier auch schon einen Platz für dein Zelt gefunden, Koala. Ich wollte ja warten, bis meine innere Gänseblume Bescheid gibt, aber die hat wohl gerade einen schlechten Tag. Da hab ich... Vor... Voll... Voll alte Baumschule... Ein Stöckchen geschmissen und das ist dann genau hier gelandet. Klar, die Matur, das mag fragwürdig sein, aber das Ergebnis zählt. Bin ich nicht... Genial, Koala? Ich suche für dich. Boah, meinst du wirklich? Du willst mir ein Plätzchen für mein Zelt aussuchen? Wir haben uns doch gerade eben erst kennengelernt, Chris. Oh, ich dufte von dir, Chris. Also, dann mal los, nimm. Jetzt bist du am Drücker, Koala. Es ist so hübsch, Mann. Worauf war das so Gänseblümchen? Such ein cooles Örtchen für mein Zelt. Ich warte auf dem Festplatz auf dich. Ihr werdet mir nie wieder in meine Blumen ziehen. Ich werde dafür sorgen, dass ihr erschossen werdet und dann von den Haien gefressen, wenn ihr das nochmal tun solltet. Okay, ähm... Mal sehen. Ich hoffe, die stehen auf einer Höhe. Das fände ich sehr cool. Aber es ist okay. Jetzt steht es bestimmt... Jetzt steht es bestimmt eins zu hoch. Es scheint hier deinen Platz für sein Zelt gefunden zu haben. Also, zurück zum Festplatz. Willkommen zurück. Ich hoffe, jeder hat das perfekte Plätzchen für seine neue Traumbehausung gefunden. Aber natürlich muss man nichts überstürzen. Lieber reiflich überlegen und mal drüber schlafen. Jedenfalls ist das nun geklärt und wir können uns wichtigeren Dingen zuwenden. Und zwar einer großen Einzugsparty zu euren Ehren. Stilecht. Mit tollem Knisterfeuer. Hier auf dem Festplatz. Dazu müssen wir aber erst ein paar Kleinigkeiten beschaffen. Aber da wir ja jetzt sowieso alle Inselnachbarn sind, können wir so ein bisschen unser Teamwork mal sehen. Nepp, Caroline, Schlepp und Frank machen den Festplatz Party fertig. Chris und ich sorgen derweil für Feuerholz. Und vielleicht etwas Leckeres zu essen. Gut. Alles klar? Na dann auf. Und Chris? Könnte ich kurz eine Kleinigkeit mit dir besprechen, ehe es losgeht? Danke, Chris. Ich wollte nur schnell überlegen, wie viel Feuerholz wir so brauchen. Ich schätze mal, hm, 10 Äste? Ja, das dürfte hinkommen. Hastiges liegt hier überall verstreut. Wenn du was aufheben willst, drück einfach Y. Kinder leicht, ja, ja. Ich schau mir so lange mal das Obst an, das hier wächst. Das sind sicher echte Äpfel, so wie ich das rieche. Nein, das sind Fake-Äpfel, Alter. Das sind eigentlich Birnen, so wie ich mein Glück kenne. Wir haben unsere erste Aufgabe. Wir müssen Holz sammeln. Ich habe mein erstes Holz gesammelt. Oh, hier ist ein Stein. Noch ein Ast. Schade. Oder? Ah, guck mal. Es geht auf. Wir können einfach Äste aus den Bäumen schütteln. Ah, wie cool das ist. Seht euch die Äpfel an, Mann. Seht sie euch an. Wie schön sie aussehen. Es ist so unglaublich. Es ist so, so toll. Und das Beste, sie stacken einfach instant. Hier sind nicht drei Äpfel einfach im Inventar. Nein, es sind einfach instant drei Äpfel, die übereinander gepackt werden. Es ist... Es ist... Ah! Daumen hoch dafür auch. Gebt die Daumen raus, Mann. Die kosten nichts. Und helfen allen. Haut heraus. So. Ich glaube, ich brauchte zehn Äste, ne? Mein Gehirn ist halt voll im Wow-Modus und ich hab mir nicht gemerkt, wie viele Äste ich brauche. Ich nehm einfach mal ein paar mit. So. Und das hier. Und das hier. Ich glaube, jetzt sind wir bei 13. Können wir nehmen 15. Sicher ist sicher. Aha. So. Na, na bitte. Können wir auch mal darüber reden, wie absolut hübsch einfach das Unkraut ist? Das soll ja normalerweise einfach hässlich aussehen und es ist so hübsch, dass sie... Ich möchte es gar nicht rausreißen, weil es einfach voll hübsch aussieht. Und halt das kleine Gras, was hier so wächst. Und generell, schaut euch das mal an. Es ist so atmosphärisch und hübsch. Es ist halt... So. Perfekt einfach. Fein gemacht, Chris. Eine echte Ladung Äste. Dann war Flux nachgezählt. Hm? Das sind ja noch mehr, als ich wollte. Also, die zehn nehme ich mir und den Rest darfst du für dich behalten. Dann bin ich mal so frei. Hep. Schönen Dank auch. Vollzüglich. Das gibt ein tolles Feuerchen. Ganz hervorragende Arbeit, jawohl. Dein Fleiß ist wahrhaftig ein Segen für unsere Insel. Was für ein Glückspilz ich doch bin. Ach so. Und Glück habe ich bei meiner Obst... Obstkundschaftung auch gehabt. Wenn du Feuerholz geglaubt hast, habe ich sorgsam die Früchte inspiziert, die hier so wachsen. Und ich muss dir leider mitteilen, dass es Birnen sind. Hm. Sie sehen aus wie Äpfel. Sie duften wie Äpfel. Ja, sie schmecken sogar wie Äpfel. Ich kombiniere. Ganz klar. Das sind lupenreine, leckere Äpfel. Würdest du sechs Stück davon sammeln? Die Sache ist für dich ganz sicher ein Klacks. Aber nur der Vollständigkeit halber. Wenn du auf einem Baum leckere Äpfel wachsen siehst, schüttel ihn einfach mit A. Bei deiner Sammelbegabung hast du ganz sicher ruckzuck viele schöne Äpfel für uns gefunden. Einfach wundervoll. Einfach. Oh Gott, ich freue mich so doll. Es ist so fantastisch. Ich bin entzückt. Ganz klar. Besser als du macht das niemand. Nochmal recht schönen Dank. Dann will ich dir mal ein delikates Sammelgut abnehmen und mich an die Vorbereitung machen. Dann will ich dir mal ein delikates Sammelgut abnehmen und mich an die Vorbereitung machen. Hm. Ob noch was fehlt? Nein. Alles da. Jawohl. Dann kann das Fest ja losgehen. Endlich ist es soweit. Hiermit heiße ich alle Anwesenden hochoffiziell auf dieser Insel willkommen. Ich habe ja schon so einiges an unternehmerischen Eskapaden hinter mir, aber Junge, Junge. Eine Inselgemeinschaft vom ersten Tag an zu leiten, das wird wirklich mein ganzes Geschick fordern. Und das nicht nur am Schreibtisch oder an der Ladenkasse, sondern auch an der frischen Luft. Teilnehmer zahlenmäßig liegen wir zwar dezent unter dem Niveau, das ich mir höchstpersönlich so dachte, Doch wen wird das schon schrecken? Wir müssen einfach viel beherzter zur Tat schreiten. Ja, ja. Und genug Geduld und Spucke wird auch aus dem verlassensten Inselchen ein... Nein. Verlassen kann man diese Insel ja noch nicht mehr nennen. Ein richtiger Name, Mr. Herr. Da kommt mir ein brillanter Einfall. Wir sind, ähm, wir als die Ersten hier sollten dieser Insel einen neuen Namen geben. Und damit sich niemand hinterher beschwert, wird brav abgestimmt. Der beliebteste Name gewinnt. Gut, dann darf jetzt jeder mal überlegen. Und wenn ihr fertig seid, ruft jeder seinen Vorschlag. Okay, ich habe irgendwann letztes Jahr ein Voting abgehalten, wie ich meine Insel nennen soll. Und ich bin mir nicht mehr sicher, so hundertprozentig was gewonnen hat. Aber ich glaube, Kakariko war auf jeden Fall ganz weit oben. Deswegen komme ich jetzt meinem Soll nach und nenne die Insel so. Ist auch ein schöner Name einfach. Außerdem, Zelda, fantastisch. Schaut mein Twilight Princess Let's Play. Das ist absolut großartig geworden. Los geht's. Yes. Also, fertig mit Überlegen? Dann ruft jetzt jeder den Namen, der ihm in den Sinn gekommen ist. Bereit? Los. Penis Island! Herrlich, wie viel Fantasie ihr habt. Ganz klar, bei solchen tollen Ideen werden wir auf jeden Fall fündig. Dann stimmen wir jetzt alle ab. Ich sage laut den Namen und ihr klatscht für den, die ihr am meisten möchtet. Dein Enthusiasmus gefällt mir, Chris. Lass mich mit deinem anfangen. Also, der Vorschlag von Chris war... Kakariko. Bam, gewonnen, Alter. Nice. Ich frage mich, ob es passieren kann, dass sie einfach nicht applaudieren, wenn man dann einfach irgendeinen anderen Namen bekommt. Das fände ich richtig lustig. Ja, sowas. Das ist ja ein richtiger Publikumsliebling. Alle klatschen. Also, ich finde, da kann man schon mal ein paar Klatscher posten eigentlich. Da kann man schon einfach mal ein paar Klatsch-Emojis raushauen. Also, wenn alle einverstanden sind, nehmen wir doch einfach Kakariko, hä? Auf jeden Fall. Wunderbar. Dann taufe ich diese Insel hiermit auf den schönen Namen Kakariko. Und nun, Chris? Mit deiner Namenswahl für Kakariko hast du deine Kreativität unter Beweis gestellt. Daher wäre es schön, wenn wir auch in Zukunft bei wichtigen Entscheidungen auf dich zählen könnten. Ja, ja, Chris. Hiermit ernenne ich dich zum Bürgermeister. Nein, zum Inselssprecher von Kakariko. Chris, hast du ein paar Worte für uns übrig als neue Bezugsperson für deinen Nach... Und, äh, was... Hast du ein bisschen Klopapier für uns? Ein paar Worte. Dann haben wir nun also unserer Insel einen Namen gegeben und unseren Inselssprecher gewählt. Heute war ein ereignisreicher Tag. Wir sind wohl alle reif für die Koje, aber zumindest stoßen wir noch an. Hat jeder ein Gläschen? Randvoll mit Tequila Sunrise. Äh, mit frischem Saft aus guten Äpfeln. Frisch geerntet von unserem Inselssprecher. Dann alle zusammen. Prost auf Kakariko und alle, die hier wohnen. Zum Wohl. Kanpai. Prost. Er spielt einfach Staff, Mann. Er ist just einfach zur Musik. Megacool einfach. Megacool. Na, genießt du das Lagerfeuer? Gespräche im Lagerfeuer bleiben lang im Gedächtnis, Rumpel. Er hat einfach ein Blatt auf dem Kopf, Mann. Wir feiern alle zusammen, Kakariko. Da geht mir ja mein Blumenherz auf. Gut gemacht, Chris. Dank dir haben wir ein schönes Lagerfeuer. Ah. Aua, Chris. Ich hoffe, du vergnügst dich. Wenn du ein wenig Ruhe brauchst, leg dich ruhig in deinem Zeltchen aufs Ohr. Wir bleiben hier und sorgen dafür, dass das Feuer für heute schön weiter brennt. Äh, hinlegen klingt gut. Wunderbar. Aber warte, ich hab da noch was Kleines für dich. Dein eigenes Feldbett. Das war ein Blatt. The usual joke einfach. Stell es in deinem Zelt auf, damit du nicht auf dem Boden schlafen musst. Ach, und ein paar Kisten warten dort ebenfalls auf dich. Vielleicht kannst du ja mit dem Internet was anfangen. Um die Kisten zu öffnen und die darin verschwundenen Sachen zu benutzen. Drücke einfach A. Wenn du dich aufs Ohr legen willst, bewege dich mit L auf dein Bett. Morgen ist dein großer Tag für dich. Der Anfang deines Insellebens. Also ruhig gut aus, ne? Aber jetzt hab ich dir genug erzählt. Zeit für die Haier. Schlaf gut, Chris. Hm, los geht's. Ab in mein Zelt. Wo wohne ich nochmal? Ach genau, ich wohne am Strand. Voll vergessen, wo ich überhaupt hin muss. Aber mein Mikro-Brain hat sich daran erinnert, dass ich am Strand wohne. So, wir haben eine Lampe. Und wir haben ein Radio. Aber hier ist genug Platz. Nice. Komm schon. So. Soll ich ein Schläfchen halten? Ja. Ich bin so müde. Oh, das kann ich nachvollziehen. Mein Charakter ist einfach legit ich, man. Immer müde. Oh, wer ist denn der Best Boy, der da auf dem Stuhl sitzt? Du hast dich also dazu entschlossen, umzuziehen. Willst der Welt deinen Stempel aufdrücken? Wo muss das laufen? Gibt im Leben viel zu viele Leute, die dir was vorschreiben wollen. Aber wen juckt's? Du gehst deinen eigenen Weg. Einfach so leben, wie man es sich für se... Wie man es... Wie man es selbst für richtig hält. Ah, das war doch nicht so schwer. Da tun sich neue Horizonte auf. Oh, er hat dem Tino des Spiels gesagt. Aber merkt dir eins. Niemand kommt auf Dauer ganz allein über die Runden. Wenn es da draußen hart auf hart kommt, dann wirst du glücklich sein, ein paar Mitstreiter an deiner Seite zu haben. Aber du bist sicher nicht hier, um einem alten Hund beim Jaulen zuzuhören. So langsam wird's Zeit für dich, die Eugleine aufzutun. Oh, und schreib dir die Sache mit den Mitstreitern hinter die Ohren. Du wirst mehr Spaß auf deiner Insel haben, wenn du ein paar Gleichgesinnte dorthin einlädst. Ein Neuanfang auf einer einsamen Insel zusammen mit den besten Freunden. Klingt gut, oder? Sobald du aufwachst, lebst du synchron mit der echten Zeit. Viel Spaß. Das wär's von mir. Man sieht sich, ja? Chris, bist du wach? Ich hoffe, ich habe dich nicht aus dem Schlaf geschreckt. Ich würde gerne etwas mit dir besprechen. Naja, ich warte hier, bis du soweit bist. Ah, da bist du ja. Ich hoffe, du hattest ein grusames Nickerchen. Obwohl, eigentlich war es etwas mehr als nur ein Nickerchen. Ein neuer Tag ist angebrochen. Habe ich etwa verbennt? Ach, es ist doch ganz normal, nach so einer Umstellung im Leben etwas erschöpft zu sein. Apropos, ich habe noch ein paar Dinge, die dir beim Eingewöhnen in unser kleines Paradies von Nutzen sein sollten. Zuerst einmal brauchst du das hier, hä? Dein persönliches Nugforn. Ich habe es speziell für Bewohner der Insel entwickeln lassen. Warte mal, nicht so hastig. Nimm es doch noch einmal in die Hand und schalte es ein, hä? Oh, die Animation ist so hübsch. Perfekt. Dann ist es also eingeschaltet. So, jetzt kannst du es gerne verstauen. Eine Frage, Chris. Hast du schon mal ein Smartphone benutzt? Aber sicher. Ich habe zufällig eins vor mir liegen. Sehr gut. Dann sollte das ja ein Kinderspiel für dich sein. Nugforn sind sogar noch ein Stück einfacher zu bedienen als andere Smartphones. Oh ja, wir haben einfach die meisten Funktionen entfernt. Oh, eine Sache noch. Hier, deine Rechnung. Da ist alles aufgeführt. Flugticket, Unterkunft, Nebenkosten, Steuern und natürlich dein Nugforn. Ja, ja. Damit kommen wir auf Summa Summa rum. Auf bescheidene 49.800 Sternis. So viele habe ich nicht. Wirklich ein köstlicher Scherz, Chris. Wie, das ist dein Ernst? Aber natürlich. Wie konnte ich das nur übersehen? Also, Sternis sind eine Währung, die du hier gegen Waren und Dienstleistungen tauschen kannst. Bleibt immer noch das Problem, dass du keine hast. Aber kein Einlass zur Sorge. Nein, nein. In diesem Fall bin ich natürlich vorbereitet. Du kannst dein Reif-für-die-Insel-Paket auch mit Meilen abbezahlen. Ich präsentiere hiermit einen brandneuen, überaus praktischen Service. Nux Meilenprogramm. Meilenprogramm? Was ist das? Nun, es ist wirklich eine formidable Idee, wenn ich das so sagen darf. Mit Nux Meilenprogramm verdient man Meilen, indem man hier auf Kakariko einfach nur lebt. Ich würde sogar sagen, dass man umso mehr Meilen verdient, je mehr man das Leben auf der Insel genießt. Und mit Hilfe dieser Meilen zahlt man dann seine Umzugsgebühr. Und das ist noch längst nicht alles. Müsstest du deine Rechnung mit Bargeld begleichen, wären das 49.800 Sternis. Aber dadurch stattdessen diesen wunderbaren Service nutzt, sind es nur läppische 5000 Meilen. Ich werde dich dann mal für das Programm anmelden, damit du ab sofort in Meilen bezahlen kannst. Weitere Details findest du auf deinem Nux Phone. Starte dazu einfach mal die Nux Meilen-App. Du wirst sehen, dass du schon für die Reise zur Insel und den Beitritt zum Programm Meilen verdient hast. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, ich muss mich um ein paar Dinge kümmern. Aber lass mich dich noch einmal zu deiner Ankunft beglückwünschen. Es freut mich, dich als Kunden von Nux Inc. und Bewohner von Kakariko begrüßen zu dürfen. Mein neues Leben hat begonnen. Ich kann tun und lassen, was ich will. Juhu! Ha, ha, ha. Ab jetzt vergeht die Zeit hier auf der Insel synchron mit der echten Welt. Berühre nicht den Power-Knopf, wenn oben rechts das Symbol für automatisches Speichern erscheint. Wenn du aufhören möchtest, kannst du auch Y auf Minus drücken und dann dein Spiel speichern und beenden. Ah, wir haben Post. Uiuiui, ich bin... Gott, ich bin zu aufgeregt. Von Nintendo einfach. Mega der Spam, Alter. Danke, dass du die Joy-Con mit der besonderen Farbgebung verwendest, die zusammen mit Animal Crossing New Horizons erschienen sind. What? Dafür bekommen wir ex... What? Das Spiel... What? Das Spiel... Das Spiel weiß, dass ich auf der Animal Crossing Switch spiele. What? Wie krass. Vielen Dank für das Runterladen des Updates. Um uns erkennlich zu zeigen, möchten wir dir ein Geschenk überreichen. Alles Gute zu deinem Umzug. Wir hoffen, dass dir das Inselleben gefällt. Schauen wir mal. Das ist ja... Das ist ja mega krass. Das wusste ich gar nicht. Das... Also ich wusste, dass die Switch die Controllerfarben erkennt, aber ich wusste nicht, dass sie sie so explizit ansprechen kann. Ist das eine Anleitung fürs Basteln? Wie soll man sich das denn merken? Oh mein Gott! Das ist ja mega cool! Oh je! Wie voll krass! Das ist ja voll cool! Dude! What? Das ist ja mega nice! Ich wusste... Das ist ja super... Oh Gott, ich bin einfach zu... What? Dude! Das ist ja unfassbar! Das ist sogar mit dem Doc und allem drum und dran! Das ist ja total cool! Unglaublich, Alter! Erstmal zwei Switches geschenkt bekommen. Ist doch schon mal ganz nice! Kann man sich nicht beschweren, eigentlich. Hat sich die Reise auf die Insel schon gelohnt? So. Die zweite kommt einfach nach hier. Die schließe ich dann an die Lampe an und die projiziert die Spiele dann einfach an die Wand. Einfach geregelt, würde ich so sagen. So, was haben wir denn hier? Wir haben Nook-Meilen. Äh, du hast dich für Nooks-Meilen-Programm angemeldet. Du kannst dir durch die Teilnahme an Aktivitäten auf der Insel Nook-Meilen verdienen. Danach kannst du sie im Nook-Portal im Service Center gegen exklusive Vorteile und Produkte tauschen. Kostet das Inselleben voll aus! Hol dir Nook-Meilen. Okay, dann holen wir uns schon mal welche. Vielen Dank für die Teilnahme. Und wir bekommen 500. Und haben Titel. Cool. Haben wir noch mehr? Ah, guck mal. Vermöbelt. Pop! Nice. Wir haben schon fast die ersten 1000 schon zusammen. Interessant, 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 interessant. Schwarzes Brett. Bewohner der Insel und Besucher sind herzlich eingeladen, um das schwarze Brett zu nutzen. Warte, wir posten auch was. Willkommen. Oh, warte. Nein, ich bin noch nicht fertig. Ah, Space mit Y. Okay. Auf. Ka-Kaja. Ka-Ka-Ri-Ko. So. Und dann... Ah, hier ist das Ausrufezeichen. Okay. Ich weiß nicht, ob ich einen Triforce hinkriege. Das ist einfach das Gummelforce, Alter. Finde ich gut. Kann man ganz so bleiben. Sehr schön. Nice. Oh. Es... Es biebt. Und dafür... Haben wir jetzt auch... Haben wir auch was bekommen. Bim. Und die ersten 1100 voll. So einfach kann es gehen, Mann. Ah, Chris. Willkommen, willkommen. Na, hier ist es doch ganz kuschelig, nicht? Nicht komfortabel, aber schon kuschelig. Jaja. Lass es mich wissen, wenn du ein Rad zum Insellben oder... ...irgendwas anderes brauchst. Wenn du Tipps brauchst, was du auf dieser Insel alles so benötigst, solltest du mit Nepp reden. Er kann dir dabei helfen, an die nötige Grundausstattung zu kommen. Und falls du Sternis brauchst, er hat eine recht großzügige Ankaufspolitik. So heißen, er kauft fast alles. Die Bitch. Nicht unbedingt. Die gewiefteste Business-Methode, aber... ...definitiv großzügig, jaja. Oh, eine wichtige Sache noch. Wir bieten eine Grafseinführung ins Basteln an. Eine sehr sützliche Fähigkeit. Ich würde mich freuen, dich dort begrüßen zu dürfen. Hä? Ja, los geht's. Ah, wie ich sehe, hast du meine Werkbank fürs Basteln entdeckt. Jaja, die Einführung ins Basteln. Jeder Teilnehmer darf das selbst hergestellte Werkzeug behalten und erhält ein Set von Anleitungen. Aber es ist nützlich für das Leben auf der Insel. Soll ich dich für den nächsten freien Kurs anmelden? Aber mit Vergnügen. Jaja, so gefällt mir das. Ich habe gerade Zeit, also können wir loslegen. Willkommen bei meiner kleinen Einführung ins Basteln. Im Grunde ist es sehr einfach, wie du gleich selbst sehen wirst. Du brauchst lediglich eine Anleitung, die nötigen Materialien und eine Werkbank wie diese hier. Heute bauen wir uns da mit gewöhnlichen Materialien, äh, mit ganz gewöhnlichen Materialien eine Angel. Für eine Angel brauchst du nur fünf Äste. Sie wird zwar etwas filigran sein, aber... Finde die nötigen Materialien und komm wieder zu mir, hä? Habe ich nicht noch ganz viele Äste? Ich habe noch ganz viele. Christo hast das nötige Material gefunden, hä? Also dann, bauen wir uns eine Angel. Jaja. Willst du zum Anfang ein Projekt an der Werkbank aus? Versuch's mal. Hier. Ja. 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 Die Wackelangel ist fertig. Genau. Perfekt. Wie du siehst, ist Basteln ganz einfach, solange du eine Anleitung hast. Und das war auch schon die Einführung ins Basteln. Oh. Äh, eine Sache noch. Hier sind ein paar einfache Anleitungen. Kostenlos natürlich. Ich schicke sie dir einfach auf dein Nuk-Phone. Kannst du es bitte kurz herausholen? Ja. 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 Ausgezeichnet. Die App Bastelanleitung ist nun auf deinem Nuk-Phone installiert. Die Wackelangel, die du gerade gebastelt hast, darfst du auch gerne behalten. Die sollte dir gute Dinge leisten. Eine Weile lang zumindest. Eine kleine Weile. Wo wir von Angeln sprechen. Ich bin kein Meisterangler, aber einen Tipp kann ich dir geben. Meiner Erfahrung nach solltest du beim Auswerfen der Leine vor den Schatten eines Fisches zielen. Ja, ja. Wenn du etwas fängst, würde ich es gerne sehen. Die örtliche Fauna interessiert mich sehr. Uh. Jetzt können wir auch das hier lernen, ne? Hm. Ich weiß jetzt, wie man eine Behelfswerkbank herstellt. Ah. Guck mal. Was soll ich an Tomlux Werkbank tun? Etwas herstellen. Wie wäre es mit einem Kescher? Haben wir leider nicht genug Material für. Aber das lässt sich ja ändern. Das kriegen wir hin. Keine Sorge. Keine Sorge kriegen wir hin. Keine Sorge kriegen wir einfach hin. Los geht's. So. Oh mein Gott. Es fällt sogar Bäume aus dem Geld. Geld aus den Bäumen. So. Komm schon. Gib mir einen Ast. Gib mir einen Ast. Gib mir doch einen Ast. Gib mir doch einen Ast. Gib mir doch einfach einen Ast. Ah. Geht auch. Oh. Verdammt. Gleich fällt einfach der Baum um, weil ich ihn so hart schüttel, Mann. Nice. So. Jetzt haben wir definitiv genug. So. Ähm. Hier. Was soll ich an Tom Lux Werkbank tun? Etwas herstellen. Und zwar einen... Wackelkescher. Der Wackelkescher ist fertig. Das reicht erstmal. Wir haben genug gebastelt. Jetzt wird es Zeit, dass wir ein bisschen angeln gehen, Mann. So. Mein... Mein... Unlieb... Meine unliebste Aktivität. Ich bin einfach so schlecht im Angeln. Es ist halt... Traurig. Außerdem ist es voll spät. Ich weiß gar nicht, ob... Also wenn es wie ein New Leaf ist, dann sind hier nur noch wenige Fische aktiv, glaube ich. Ich kann einfach den ersten Fisch schon verkacken können. Ja. Eine Hasel... Ein Hasel. Haselein. Hüpf. Nice. Ich sah gerade, wir sind Nummer drei auf den Twitter-Trends. What? Das glaube ich euch nicht. Nein. Nein. Ja. Oho. Ein Einsiedlerkrebs. Der wollte nur seine Ruhe. Aber jetzt ist er meins. So. Hier haben wir noch einen Fisch. Den können wir auch noch mitnehmen. So mag ich das doch. Direkt beim ersten Mal anbeißen. Oh mein Gott. Wir haben... Sie haben ihn Seeengel genannt. Und nicht... Wie heißen die? Die haben noch so einen ganz weirden Namen auf Deutsch. Warte. Auf Deutsch heißen sie eigentlich Ruderschnecken. Okay. Ich erinnere mich noch daran, dass da irgendwann in New Leaf, wo wir auch so ein Ding gefunden haben. Und auf Englisch heißen sie halt Sea Angel. Also halt Seeengel. Auf Deutsch einfach Ruderschnecken, Alter. Das ist halt so... So voll der schöne Name auf Englisch. Und dann kommt einfach Deutsch. Und macht einfach das, was es am besten kann. Aber hier haben wir einen Seeengel gefangen. Voll cool. Huch. Da sind... Da ist... Da ist Stuff. Da ist Stuff. Schau euch das Stuff an, was da läuft. Langsam. 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 Und... Das reicht noch nicht. Und... Bäm. Oho. Eine Ligia Exotica. So hat man mich damals im Club auch immer genannt. Eine ganz andere Liga. Das ist ja voll cool, was es hier alles gibt. Und ich hab... Ich spiel das Spiel erst seit einer Stunde, Mann. Es gibt schon voll die coolen Sachen hier überall. Laufen wir mal weiter. Was finden wir noch? Warte. Wir haben doch noch die ganzen... Wir haben noch die ganzen Flüsse hier überall. Soll ich da einfach mal gucken, was wir da noch so finden? Oder halt in diesen kleinen Mini-Teilchen hier. Das Wasser sieht so schön aus, Alter. Können wir da gar nicht mal drüber reden, wie übelst und hübsch einfach das Wasser ist? Schau euch mal an, wie hübsch das aussieht. Es sieht so schön aus, einfach. Ja! Ein Flussbarsch! Bist du etwa leicht beeinflusst, Barsch? Uff, ich geh nach Hause. Mein Rücken ist voll nass geschwitzt, merke ich gerade. Er macht Pupsgeräusche, wenn ich an meinem Stuhl langreibe. Das ist keine Ausrede, ich verspreche es euch. Hier ist was Kleines. Ich finde es halt total teasig, wie da einfach so ein Fossil vergraben ist und wir da nicht hin können. Ja! Ein Bitterling! Ach, bitte sei nicht verbittert. Halt, ich möchte da rüber und ich möchte es ausgraben, aber ich kann nicht. Da hinten fliegt ein Geschenk rum. Dude! Das ist... Da hinten, da hinten düst ein Geschenk einfach rum. Wir sind einfach so viel. Es ist unfassbar. So, ich fang ja auch noch. Ja! Ein Flussbarsch! Noch einer. Was geht denn bei dir? Die Location für mein Zelt ist nicht nur der Hammer. Nein, nein. Die ist der ganze Werkzeugkasten. Das ist... Das ist mein Spruch, Mann. Hast du ein 1A-Händchen bewiesen, Chris? Mich hasste ab jetzt öfter an der Backe. Ich hab's. Ich zerbreche mir schon seit einer Weile den Kopf darüber, wie ich dir mal was Gutes tun kann. Endlich kam mir der Geistesblitz für eine knallharte Anleitung. Äh... Eine knallharte Anleitung für einen DIY-Blättchenschirm. Was sticht einem hier auf der Insel als allererstes ins Auge? Ganz klar, dass Unkraut das hier so gut hat. Der Anblick allein war Inspiration für dieses knallharte Bastelprojekt. Wusste ich nicht bedanken. Das Unkraut... Äh, Unkraut ist das Material, das uns hier garantiert nicht ausgehen wird. Schon mal so gesehen, kolala? Einfach mal das Positive sehen. Das kann man ja auch verkaufen, ne? Vielleicht sollten wir ja mal ein bisschen sammeln. Das hier gerade ist eigentlich voll ein anderer Spruch. Ich glaube, wenn... Wenn man jemanden so anspricht... Und sagt, hey, du bist nicht nur Hammer, du bist der ganze Werkzeugkasten... Ich glaube, da wirst du mit ganz großen Augen angeguckt. Und dann... Geht die Person weg, aber so mit rückwärtsschritten. Langsam, aber sicher entfernt sie sich... Immer weiter von dir. Und... Wenn du da stehst und lächelst, verschwindet sie über den Horizont. Rückwärtslaufend. Irgendwann ins Meer fallen. Und... Wie haben wir denn schon? 48, Alter? Wir können nicht mehr nur 10 nehmen und die stapeln sich dann... Ach, das ist ja sehr nice. Los geht's. Wir kommen auf die 99. Ich werde nicht aufhören, bis ich 99 Luftballons und 99 Unkrauts gesammelt habe. Und Kräuter. 99 Unkraut... Blätter. Man ist sich nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall... Geht schon. Was ist eigentlich seine Aufgabe hier, dass er mit seiner Fahne rumläuft? Nein, nur Chris. Schön, dich zu sehen. Hat Spaß gemacht, das Lagerfeuer, stimmt's? Wir arbeiten nachts im Servicecenter, also komm doch einfach mal vorbei, falls irgendwas einem liegt. Im Moment vertrete ich mir ein bisschen die Beine und schaue, dass es auch allen hier gut geht. Wenn du mal Ideen brauchst, was du sonst so anstellen könntest, sag mir einfach Bescheid. Ah, okay. Du bist einfach nur hier, um mir den Weg zu weisen. Aber das ist okay. Mein Weg ist zur Zeit das Abholzen von Unkraut. You know? So wie es halt ist. Flupflup, 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 flupflup. So. 94. Fünf Stück noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ha! Sehr schön. Wieder 100. Nein, da fängt ein Neues an. Okay. Ja, aber trotzdem noch ein paar. Die Ecke können wir auch noch freimachen. So, so, so und so. Guck mal. 99 und 9. Kann ich doch jetzt meinen Blätterschirm machen. Ich glaube, das mache ich einfach mal. Das klingt nach einer guten Idee. Hab ich das schon gelernt? Ich weiß jetzt, wie man einen Blätterschirm herstellt. Sehr gut. Passen Sie auf. Halten Sie sich fest, meine Damen und Herren. Wir stellen jetzt etwas her. Und zwar einen Blätterschirm. Los geht's. Tada. Ah ne, wir sind fertig. Mehr kann ich nicht machen. So. Oh. Aber dann können wir den ganzen Rest verkaufen. Oh, hallihallo. Du bist ja wirklich einer von der ganz schnellen Truppe. Jawohl. Hier laufen zwar noch die Vorbereitungen, aber eine Handvoll Kleinigkeiten bieten wir schon an. Da wir kaum Lagerplatz haben und so, gibt's eigentlich auch täglich neue Sachen bei uns. Du hast bestimmt alle Hand zu tun. Aber schau doch mal, was es gibt. Vielleicht ist ja das eine oder andere für dich dabei. Hm. Schau mir mal. Spitze. Äh. Ein Karton. Und ein Regiestuhl. Ah, guck mal. Hier können wir eine Schleider kaufen. Dann können wir das Geschenk kaputt machen. Alles klar soweit? Wir verkaufen hier nicht nur, sondern wir kaufen noch Sachen an. Alles, was man hier so findet. Und weil du eine saubere Insel, äh, war eine saubere Insel, was Tolles für alle ist. Tja, darum zahlen wir auch ein paar Sternis für Unkraut oder Abfälle, die du in der Gegend aufsammelst. Wenn du nicht sicher bist, ob wir etwas Bestimmtes ankaufen, Fragen kostet nichts. Sehr gut. Kauf mein Kram. Ich möchte dir Unkraut verkaufen. Unkraut. Dafür können wir 930 Sternis. Für, wie viele waren das? 93 oder so? Na, was soll's. Besser als nichts, Mann. Schon haben wir 1000 Sternis zusammen. So schnell kann es gehen. Alle begeistert. Alle heilauf begeistert, Mann. Oh, warte. Ich habe noch die ganzen... Die ganzen Sachen. Oh, warte. So viel überall. Das kann man ja wirklich fangen. Oho, eine Motte zum Kugeln. Ich gehe. Ich bin fertig. Mehr habe ich nichts zu tun. Weil der Motte hört es dann aber auch auf. den Stein mit. Und ich würde gerne gucken, ob hier noch irgendwie was im Wasser irgendwie ist. Aber... Guck mal, was klein ist. Ah, hier. Guck mal. Wundervoll. Wundervoll vor allem. Wundervoll. So hübsch. Schwupp. Bob. Weißt der an? Ja. Sehr gut. Nein. Eine Dose. Seit wann mögen Fische denn bitte Fertiggerichte? Aus dieser Dose könnte man noch etwas machen. Das ist die Idee für eine neue Bastelanleitung. Was kann man denn daraus machen? Buch. Okay. Schließen. Oh, das ist ja schön. Das ist ja... Okay, warte. Wir müssen nochmal 10 Unkraut sammeln. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Okay. Machen wir uns nochmal ein kleines... Blumengefäß hier. Was soll ich an Tom Nooks Werkbank tun? Etwas herstellen. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Und zwar das hier. Eine Sukkulente ist fertig. Nice. Ist sonst noch irgendwas? Ach genau, ich könnte ihm noch die ganzen Tiere geben, ne? Ah, Chris. Hallo, hallo. Was darf es denn sein? Was liegt an? Sag, ich bin ganz ohr. Ja, ein Lebewesen für dich. Wunderbar. Dann wollen wir einmal sehen. In Ordnung. Hm. Hier ist deine Motte. Oh, was ist das für ein Fang? Wenn ich mich nicht irre, handelt es sich hier um eine Motte. Hm. Wenn diese Insel so etwas wie eine Motte beherbergt. Wer weiß, was wir da noch alles hier finden werden. Wow, eine Motte. Das ist ja total exotisch, Alter. Stell dir vor, wir finden noch Marienkäfer und Fliegen. Das ist ja nicht vorzustellen, was hier noch alles auf dieser Insel hausen könnte. Ich habe eine Idee, Chris. Ein alter Freund von mir leitet ein Museum. Ich würde ihn gern mal einen Blick darauf werfen lassen. Bist du damit einverstanden? Hä? Okay. Vielen Dank. Ich werde mich gut um deine Motte kümmern. Oh, bevor ich es vergesse. Ganz unabhängig von deiner großzügigen Stiftung möchte ich dir eine neue App vorstellen. Oh, mein Bart hängt in meiner Nase. Das ist nicht die App. Das ist nur was auf dem Passierte. Sie heißt Fauna Paddy. Ist Fauna Paddy? Nein, Paddy. Ähm. Eine übersprudelnde Wissensquelle für angehende Naturforscher wie dich. Mit Hilfe dieser App erfährst du Details über alle Insekten und Fische, die du fängst. Ja. Ich bin sicher, du wirst bald schon unzählige Einträge darin haben. Vielleicht habe ich dann auch eine kleine Belohnung für dich. Oh, ich habe ja noch mehr. Ich habe ja nicht nur eine Sache. Das liegt an. Ich bin ganz ohr. Ich habe ein Lebewesen. Ich habe noch mehr. Ich habe so viele, Alter. Und zwar einen Flussbarsch. Oh, was für ein Fang. Wenn ich mich nicht irre, handelt es sich ja um einen Flussbarsch. Dürfe ich dieses Prachtexemplar auch meinem Freund aus dem Museum zukommen lassen? Okay. Vielen Dank. Ich werde mich gut um deinen Flussbarsch kümmern. Übrigens, hast du dich an meiner Werkbank noch weiter mit Basteln beschäftigt? Und ob. Das freut mich. Warst ja auch gerade eben erst dort zu Gange. In diesem Fall werde ich dir noch ein paar Bastelanleitungen auf der Nukvon schicken. Ja, ja. Zuerst einmal eine Axt, in der du Holz von Bäumen abschlagen kannst. Und dazu ein paar Anleitungen für Dinge, die du aus diesem Holz dann basteln kannst. So erweitert sich dein Bastlerrepertoire mit einem Schlag ganz gewaltig. Ja, ja. Bring mir auch bitte weiterhin deine Funde. Zum Wohle der Insel und der Wissenschaft. Ja, ja. Was darf es sein? Wir haben ja noch ein paar Sachen. Hier habe ich noch ein Lebewesen für dich. Er ist ja anscheinend super, super zuvorkommend, was halt Geschenke angeht, wenn man ihm Lebewesen gibt. Daher bekommst du von mir ein Hasel. Oh, was für ein Fang. Wenn ich mich nicht irre, handelt es sich hier um ein Hasel. Darf ich dieses Prachtexemplar auch meinem Freund aus dem Museum zukommen lassen? Okay. Vielen Dank. Ich werde mich gut um deinen Hasel kümmern. Dieses Mal habe ich übrigens auch eine richtige Belohnung für dich. Und zwar eine Rotanemone. Das ist eine Probe unserer Wahn. Du kannst sie in die Erde einpflanzen, wo du möchtest. Und ein paar Tage später blühen dort hübsche Blumen. Probier es einfach mal aus. Oh, und wenn du Gefallen daran findest, kannst du jederzeit mehr kaufen. Oh, nice. Hau raus, Brudi. Bitte bring mich auch weiter in deine Funde. Okay. Ich habe ja noch ein paar. Ich habe ja vorgesorgt. Kann ich dir ein zweites Mal den Barsch geben? Du hast noch einen Flussbarsch gefunden. Einer reicht mir. Also, wo kommst du denn jetzt zurück? Oh. Oh, na verkaufen. Aha. Wenn du irgendwas fängst, das ich noch nicht habe, gib mir bitte Bescheid. Okay. Wie gesagt, wir haben ja noch ein paar Sachen. Ein paar Sachen haben wir noch für dich. Was liegt an? Sag, ich bin ganz... Ein Lebewesen. Für dich. Und zwar... Eine Ligia Exotica. Oh, was für ein Fang. Wenn ich mich hier handelt, sich um eine Ligia Exotica. Ja, das darfst du auch deinem Freund aus dem Museum zukommen lassen. Ich werde mich gut um die Ligia Exotica kümmern. Ach ja, wegen der Blumenprobe, die ich dir eben gegeben habe, muss ich eines noch erwähnen. Die daraus ersprießenden Blumen sind robust und sollten auch ohne Pflege ganz gut gedeihen. Aber wenn man sie jeden Tag gießt, dann kann man sie züchten und kreuzen und neue Farben dazu erhalten. Es ist also genau wie in New Leaf. Du fragst dich, wie du das mit dem Gießen anstellen sollst? Mit der Gießkanne. Die ich... Für dich... Für die ich dir gerade eine Anleitung auf der Nugphone geschickt habe. Mein Buchhalter würden mit dem Kopf schütteln, wenn sie wüssten, dass ich Sachen verschenke. Aber du hast schon viele Tierchen für mich gefangen. Und hier auf der Insel unterstützt man sich eben. Bitte berühre mich auch weiter in deine Funde. Zum Wohle der Insel und der Wissenschaft. Okay, ich haue ihn einfach voll mit meinen ganzen Sachen, die ich habe. Ich habe ein Lebewesen. Und zwar... Den Bitterling. Oh, was für ein Fang. Wenn ich mich nicht irre, handelt es sich hier um ein Bitterling. Darf ich dieses prachte Exemplar an meinen Freunden ins Museum schicken? Ja. Moment. Ich bekomme gerade einen Anruf. Eugen, bist du das? Du rufst genau im Richtung Moment an. Ja, ja. Wie wäre es mit deinem Insel... Äh, wie das mit meinem Inselprojekt läuft? Alles bestens. Danke der Nachfrage. Ich sorge gerade auf meinem Inselchen namens Kakariko dafür, dass die Siedler sich einleben. Einer der Einwohner hilft mir dabei, Exemplare der lokalen Fauna zu sammeln. Hm, hm. Wie viele wir schon haben? Mal überlegen. Fünf ganz wunderbare Exemplare hätten wir hier schon zusammen. Ja, ja. Was? Wirklich? Ja, ja. Das wäre ganz fantastisch. Oh, Verzeihung. Ich habe gerade einen Kunden hier. Also, lass uns alles weitere später besprechen. Tut mir leid, dass du warten musstest. Das war mein alter Freund Eugen, der, der ein Museum leitet. Er möchte auf unsere Insel umsiedeln, um hier die lokale Fauna zu erforschen. Könntest du mir diesbezüglich noch einmal helfen, Chris? Da du schon so fleißig für mich gesammelt hast, könntest du eine gute Stelle für Eugen finden? Er braucht wohl reichlich Platz. Die Fläche sollte etwa so groß sein, wie die von deinem Zelt. Wie aufregend. Es ist ein großer Schritt für unsere Insel. Ja, ja. Oh mein Gott. Wir können das, wir können das Voseum bauen. Oh nice. Los geht's. Ich weiß direkt, wo ich das hinstellen möchte. Glaube ich. Oh ne, ich weiß auch nicht, wo ich es hinstellen möchte. Ich habe eine andere Map im Kopf, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt gedacht, also wenn das hier die Map ist, wie Sie sehen, hier zieht das Wetter vorbei und wir haben hier definitiv ein Tief und, ne, hier ist das Tief, da ist das hoch. Hier ist es sehr hoch, wie man sieht. Hier ist es sehr feucht. Ja, auf jeden Fall. Ich dachte, ich könnte, ich hätte hier irgendwie noch so ein, äh, so ein, so ein, so ein Bums nach oben, wo ich das dann einfach hätte reingestellt. Aber da der Bums nicht existiert, haben wir natürlich prinzipiell ein kleines Problem. Das bedeutet, ähm, lasst mich doch kurz mal schauisch schauen. Ich stelle das einfach nach hier unten. So, hier so hin. Das ist doch schön. Auch direkt am Strand. Oh ne, das ist doof. Ich werde das nicht am Strand haben, glaube ich. Hm. Oh, ich weiß, wo ich es denn stelle. Einfach hier. Direkt. Neben den, neben den Marktplatz. Hier errichten. Guter Platz. Mal sehen. Hm. Kann ich die Stelle in Ordnung? Mal überlegen. Warte mal kurz. Ich muss, das muss ja perfekt sitzen hier. Okay, das war sehr perfekt. Hier, hier kann das hin. Hier ist super. Ha. Und so. Schwupp. Einrichten. Ja, perfekt. Hier ist perfekt. Absolut perfekt. Die Stelle in Ordnung? Ja. Perfektion, sage ich dazu. Nice. Damit steht der Ort für Eugens Zelt fest. Finde ich gut. So macht mir das doch Spaß. Okay, dann pflanze ich jetzt noch meine kleinen Blümchen neben das Haus. Und dann würde ich sagen, sind wir soweit eigentlich auch erstmal fertig, weil wir gar nicht so viel machen können, glaube ich. Und, ähm, dann macht morgen das Museum auf. Und ich finde, das klingt eigentlich nach einer ziemlichen Möglichkeit, um dann ordentlich Zeug sammeln zu gehen. Hm. Okay, ich verstehe das Problem. So. Doch, das war richtig. So. Und. Blutzen. Bam. Nice. Okay. So weit, so gut. Checken wir nochmal unsere Switches ab, Alter. Die hat einfach... Die muss ich neben mein Bett stellen, Mann. Die hat es einfach verdient. Wer so cool ist. Das ist halt... Dass du so ein Extra bekommst, wenn du die Konsole kaufst. Unfassbar. Aber hey. Finde ich süß. Was gibt's denn? Ah, guck mal. Hier ist ein roter Punkt. Das heißt, wir kriegen Meilen irgendwo. Hier. Selbst ist der Bewohner. Plup. So. Dann haben wir noch Unkrautfeind. Oh, nice. Wir müssen auf jeden Fall, also nicht gleich, aber das nächste Mal nochmal 100 Unkraut sammeln für mehr Punkte. Verkaufen statt Horten. Finde ich auch gut. Ich finde die Animation so niedlich, wie er da so lang läuft. Es ist halt echt mega cute. Okay. Was haben wir denn noch hier? Ein Pass. Alter, eine Passdaten sind hier gespeichert. Aha, aha. Du kannst ein Foto und den Titel jederzeit ändern. Warte. Passfoto. Fotografieren. Bleh. Okay. Wundervolles Foto. Jeder wäre neidisch auf mich mit diesem schönen dreamy Blick, Mann. Den Kommentar. Oh, warte. Ich weiß den perfekten Kommentar. Ah. Oh. Abobiere. Abonniere. Okay, ich bin zu blöde für den Kommentar. Abonniere. Nochmal. Abonniere. Ich bin es halt gewöhnt, mit einem Playstation-Controller zu schreiben. Das ist voll strange, das hier rüber zu machen. Abonniere mich. So. Space. Hier. Mit Kussmund. Perfekt. Und dann noch den Titel. Was haben wir denn hier so? Klatschstanden. Verhinderer, Alter. Was ist das denn? Klatschstanden-Influencer. Nice. Hier. Perfekter Name für mich. Als ob es für mich gemacht wäre, Mann. Als ob es für mich gemacht wäre. Das ist einfach pure Perfektion hier. Nice. Ah, hey, wir haben noch mal irgendwas bekommen. Passt schon. Cool. Tudum. Okay, cool. Dann bin ich jetzt... Oh, warte. Wir müssen uns die Designs nochmal anschauen. Wenn du die Designs der App speicherst, kannst du sie mit anderen Bewohnern teilen. Okay, okay, okay. Keine Rechte verletzen. Keine Leute beleidigen. Das finde ich gut. Wow. Okay. Warte mal. Ich kann das doch bestimmt auch irgendwie bearbeiten, oder? Ich weiß, dass das eigentlich funktionieren müsste. Tja, keine Ahnung. Dann ist das auf jeden Fall raus. Dann Bastelanleitung. Ha. Strange. Aber gut. Was soll's. Egal. Sind wir durch. Ich muss nicht vom Spiel losreißen. Ansonsten dauert das hier noch 100 Jahre. Dann nochmal danke ich euch für eure Existenz. Ihr seid absolut fantastisch. Und ich bin so froh, euch meine Community nennen zu können. Wenn's euch gefallen hat, lasst dir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr Bock auf sowas habt, dann lasst dir ein Abo da. Und wenn ihr cool seid, dann freut euch ganz doll, weil ihr übelst cool seid. Daher mache ich mich jetzt vom Acker. Wir sehen uns morgen wieder mit einem neuen Tag. Und ganz viel Spaß und Glück und Freude. Und ich geh jetzt was essen. Daher, auf Wiedersehen. Daher, auf Wiedersehen.